Venimus vidimus amavimus Kapitel 30 Leben retten Lucius schob sich durch die Menge. Sie jubelten immer noch ihrem Offizier zu und beachteten den kleinen Rekruten nicht, der sich auf ihre Schulterhöhe hindurchschlängelte. Die Wagen hatten mittlerweile angehalten und das Gepäck wurde abgeladen. Stereus stand etwas abseits im Schatten eines Zelts. Lucius hüschte zu ihm und zog ihn als erstes durch die Zeltreihen zu einem verlassenen Ort. Der war nicht schwer zu finden, es waren momentan alle auf dem Versammlungsplatz. Erst als sie in eine Ecke zum Stehen kam, fing Lucius an zu sprechen. Was machst du denn hier? Wie hast du es geschafft, hierher zu kommen? Doch er bekam keine Antwort. Stattdessen wurde er in die starken Arme des Größeren gezogen. Damit gab er sich auch zufrieden. Er lehnte sich an dessen Halsbeuge und schlang seinerseits die Arme um Stereus' Hals. So sehr hatte er sich noch nie gehen lassen, doch für seinen Geschmack war Lucius schon viel zu lange von seinem Sklaven getrennt gewesen. Er bemerkte, wie so häufig, wie wichtig ihm Stereus eigentlich war, und er machte sich Hoffnung, dass er zumindest ein wichtiger Freund für den Älteren war. Sonst wäre ihm bestimmt nicht aus dem friedlichen Rom gefolgt, oder? Ich habe dich vermisst, flüsterte Stereus in den braunen Haarschopf. Diese Worte verursachten bei Lucius sofort Gänsehaut. Er schob sie dennoch auf die ungewohnte Kühle des germanischen Sommers. Ich dich auch, murmelte er kaum hörbar. Aber er spürte das Lächeln des Größeren an seinem Kopf. Lucius spürte, dass das Licht, das seit ihrer Trennung in seiner Brust gefährlich geflackert hatte, wieder aufflammte, heller als zuvor. Es war warm und spendete Lucius Hoffnung, Vertrauen und noch so viel mehr, was er nicht in Worte beschreiben konnte. Er wusste nicht genau, was es war, aber er fühlte sich wohl mit diesem Licht. Nach einer gefühlten Ewigkeit löste Lucius sich von Stereus und sah ihn neugierig an. Also erzähl, wie kommst du hierher? Stereus musste schmunzeln. Ich hatte in Rom keine Aufgabe mehr, also habe ich mich an deine Mutter gewennt, die mich zu deinem Vater geschickt hat. Und der kann mich schließlich nicht so gut leiden. Also hat er die Chance genutzt und mich deinem Bruder übergeben. Ein Glück, dass die beiden nicht wussten, dass du hier bist. Normalerweise hätte ich mich ja geweigert, aber das war nun einmal eine einmalige Gelegenheit, zu dir zu kommen, die lasse ich mir nicht entgehen. Ja, und nun bin ich hier, erzählte Stereus die Kurzform der Geschichte. Lucius nickte langsam, verstehend, dann lächelte er. Das nenne ich Glück, du bist bestimmt irgendeinem Gott wohlgesinnt. Stereus runzelte die Stirn. Ob seine Schwester wohl ihre Hände im Spiel gehabt hatte? Er würde sie denn nächstes Mal fragen, wenn er sie denn jemals wieder sah. Eigentlich hat es Stereus seine Hoffnung in eine Wiederkehr in den Olymp aufgegeben. Momentan wollte er auch gar nicht dorthin. Er war glücklich hier auf der Erde. Glücklicher, als er es jemals auf dem Olymp gewesen war. In dem Moment ertönte ein Ruf in der Richtung der beiden Männer. Lucius' Kopf schnellte herum und sah seinen Bruder auf sich zukommen. Er trat schnell ein paar Schritte zurück, um ein wenig Abstand als nur einen Fuß zwischen ihnen und Stereus zu bringen. Stereus verbeugte sich leicht. Mein Herr. Lucius nickte Antonius zu und begrüßte ihn. Hallo, Bruder. Seine Stimme zitterte mehr, als er wollte und erwartet hatte. Antonius nickte ihm kühl zu, dann wandte er sich an Stereus. Ich muss dir noch deine Aufgabe zuteilen. Du begleitest mich zum Lazarett. Dort werden wir sehen, was du tun kannst, sagte er streng. Stereus nickte folgsam und wollte sich von Lucius verabschieden, doch er wurde bereits am Handgelenk gepackt und mitgezogen. Nach einigen Doppelschritten ließ Antonius glücklicherweise los. Stereus hatte schon mit dem Gedankenspiel, ihm eine zu klatschen. Antonius war ihm unsympathisch. Auf seine ganz eigene Weise, nicht so wie Gaius, der ihn ganz offen hasste. Antonius warf ihm nur immer wieder diesen dunklen Blick zu und war merkwürdig kalt und gefühllos. Der Sklave folgte dem Offizier bis zu dem Zelt, das vom Geruch der frischen Kräuter umwabert wurde. »Castus, bist du hier?« rief Antonius halblaut, als sie das Zelt betraten. Ein kräftiger Mann trat hinter einem Vorhang hervor. Er hatte breite Schultern und vernarbte Hände, sowie gebräunte Haut, die ihn eher wie ein Schmied wirken ließen. Auch sein Gesicht sah eher unfreundlich aus, doch Stereus konnte die kleinen Fältchen um seine Augen herum erkennen, die davon zeugten, dass er gerne lachte. »Mein Herr, was gibt es?« fragte der Riese mit einer tiefen, aber beruhigenden Stimme. »Das ist Stereus. Ich werde ihn dir als Assistenten bereitstellen, falls du einen benötigst,« stellte Antonius den Germanen vor. Castus lachte belustigt. »Wir sind an der germanischen Grenze, da kann ich Assistenten immer gebrauchen.« Antonius nickte zufrieden und fragte danach, »Kann er einen Schlafplatz hier bekommen?« Castus schüttelte bedauernd den Kopf. »Nein, wir brauchen den Platz für die Verletzten. Am Ende liegt er noch im Weg. Vor allem nachts könnte man ihn übersehen, und stolpern in diesem Zelt wäre nicht gerade von Vorteil.« Antonius sah enttäuscht aus, sagte aber nichts. Er verabschiedete sich von Castus, dann zog er Stereus mit sich auf den großen Platz. Er stellte den Blonden wieder zu den anderen Sklaven, die gerade von den Soldatengruppen abgeholt wurden. Dann rief er mit lauter Stimme, »Dieser hier kann auch als Mulio genommen werden. Allerdings wird er nicht immer da sein können, da er dem Medikus assistiert.« Er sah einige junge Männer miteinander diskutieren und dann näher kommen. »Wir würden ihn nehmen,« sprachen sie Antonius vorsichtig an. »Dieser wangt beiläufig ab.« »Ja, ja, ist mir eigentlich egal,« meinte er abwesend, denn ein Centurio hatte ihn gerade angesprochen. So sah er auch nicht das Augenzwinkern, dass der Größte der jungen Männer den Germanen zuwarf. Stereus ging mit den Rekruten mit, die ihn zu einem der Zelte führte. Er sah Konyomi und ein anderes unbekanntes Pferd davor angebunden stehen. Konyomi hob aufmerksam den Kopf und schnupperte in Stereus' Richtung. Dieser ging kurz hin, ließ Konyomi an seine Hand schnüffeln und betrat dann hinter den Rekruten das Zelt. Dort sah er Lucius mit einigen anderen sitzen. Quintus ergriff das Wort, sobald er eingetreten war. »Sieh mal, Lucius, was ich für dich geregelt habe.« Der Kleine sah auf und seine Miene erhellte sich. »Oh, danke, wie habt ihr das geschafft?« Er stand auf und umarmte kurz die Taille seines langjährigen Freundes. Stereus spürte kurz den Drang, sich dazwischenzustellen, aber Lucius ließ schnell wieder los. Quintus lachte leicht und erklärte dann, »Ich habe mitbekommen, dass sein Bruder ihn als Mulio freigestellt hat, und da er uns nicht kennt, habe ich gedacht, es könnte dich freuen, wenn er zu uns kommt.« Lucius lächelte ihn dankbar an, dann wandte er sich an Stereus. »Also, dann stell ich dir mal alle vor. Das sind Julius, Fabianus, Calvus, Florus, Valerius und Apius. Quintus kennst du ja.« Er deutete jeweils auf die Jungen. Sie nickten dem Sklaven höflich zu. Apius sah Fragen zu Quintus und Lucius, als würde er sich wundern, worüber die beiden gerade gesprochen hatten. Quintus nahm sich die Freiheit zu erklären. Stereus war Lucius Sklave und Vertrauter, bis sie letztens getrennt wurden. »Ah, so ist es also. Hab mich schon gefragt, worüber ihr gesprochen hattet,« begriff Florus. Stereus ließ sich neben Lucius nieder und hörte dem Gespräch der Jungen zu. Er selbst hielt sich ein wenig daraus, da er im Moment einfach Lucius näher genießen wollte. Nach einiger Zeit riss sich Stereus dann aber doch los. Er wollte im Lazarett vorbeischauen, da er ja schließlich auch dort aushelfen sollte. Lucius ging einfach mit ihm, er war selbst interessiert, wie es dort aussah. Als die beiden an einem der großen Zelte ankamen, erwartete sie schon ein aufgeregter Kastus. »Stereus, da bist du ja, schnell komm her, ein Soldat wurde bei der Grenzpatrouille verletzt,« rief er ihm entgegen. Stereus' Augen weiteten sich und er lief blitzschnell die letzten Schritte zum Zelt. Drinnen lag ein verletzter Mann, dem mehrere abgebrochene Pfeile im Rücken steckten. Er stöhnte vor Schmerz und wollte sich winden, aber seine Kameraden hielten ihm an den Armen fest. »Was ist passiert?« fragte Stereus aufgeregt. Einer der anderen Soldaten meldete sich zu Wort. »Wir waren gerade an der Grenze im Wald, als es anfing. Es mussten mehrere Angreifer gewesen sein. Jedenfalls kamen so viele Pfeile. Wir anderen konnten uns schützen, aber er führte unsere Gruppe an und es hat ihn erwischt. Man konnte die Angreifer nicht sehen, sie saßen auf den Bäumen.« Stereus nickte verstehend. Der Medikus wollte gerade Anweisung geben, aber Stereus hatte sich schon an die Arbeit gemacht. Es musste kein Wort gesagt werden. Er sammelte sich selbstständig die Medikamente zusammen. Fasziniert beobachtete Lucius, wie der Blonde blitzschnell, aber ordentlich die Wunde desinfizierte, dann einige Kräuter darauf drückte. Er fing mit geschickten Fingern an, langsam den ersten Pfeil aus der Wunde zu lockern. Der Soldat stöhnte wieder leise, jedoch schienen die Kräuter seine Schmerzen bereits gelindert zu haben. Dann wies er einen der Soldaten an, einige Tücher darauf zu drücken, denn die Blutung hatte wieder angefangen. Dann packte er den zweiten Pfeil am Schaft und wiederholte das Ganze. Die Situation war irgendwie sehr bizarr. Der eigentliche Medikus stand nur verblüfft daneben, während der germanische Sklave den Verwundeten professionell verarztete. Fast hätte Lucius gelacht, doch das wäre irgendwie unangebracht gewesen. Nach einigen angespannten Minuten waren alle Pfeile entfernt, die Wunde desinfiziert und mit Salbe bestrichen und der Oberkörper des Soldaten ordentlich verbunden. Alle atmeten erleichtert durch. Der Verletzte war schon lange unter der Betäubung durch die Kräuter eingeschlafen. Styrius ließ sich verschwitzt auf einen Hocker fallen. Lucius fasste sich ein Herz und reichte ihm ein Becher Wasser. Dieser nahm ihn dankend an und lehrte ihn in einem Zug. Schließlich durchbrach der Medikus die Stille. Sag mal, machst du das schon lange? Ich habe eine langjährige Ausbildung in verschiedenen Stämmen hinter mir. Ich habe bei unseren Ältesten viel lernen können und außerdem ist Teilen meine Leidenschaft. Ich habe meine Aufgabe darin gefunden, Menschen nebenzuretten. Zum Ende hin war er immer leiser geworden und starrte leicht lächelnd auf den Boden vor sich. Der Medikus nickte langsam, dann räusperte er sich. Also, ich wäre dankbar, wenn du morgen noch einmal vorbeischauen könntest, sagte der Medikus schließlich mit fester Stimme. Styrius nickte, dann stand er auf, verabschiedete sich und verließ mit Lucius das Zelt. Es war draußen schon dunkel und die Fackeln vor den vielen Zelten erleuchteten ihren Weg. Als sie nebeneinander zu ihrem Zelt liefen, zupfte Lucius leicht an Styrius' Tunika. Dieser drehte mit einem fragenden Blick seinen Kopf. Ähm, fing Lucius zögerlich an. Dann lächelte er sein niedliches, befreites Lächeln. Ich finde es toll, dass du so gerne Leben rettest. Styrius musste wie so häufig schmunzeln und wuschelte dem Jüngeren durch die Haare. Ach, Götter, Amor hatte ihn wirklich gut getroffen.